2 zu 0 Entsetzung führt in dieser Regionalliga-Partie die Kabiersäge gegen Frauennotter aus Regenstab. Und heute gibt es Probleme mit den Wellen. Die neu eingeführten Plastikbälle. Und jetzt geht es schnell zu 2 aus der Sicht von Frauennotter. Und jetzt geht es schnell. Und jetzt geht es schnell. Applaus Und jetzt geht es schnell. So. Und bitte mal schnell Donner. Applaus 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 Oh, come on! Applaus 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 Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.